Im vergangenen Video bereits angekündigt, heute Realität. Heute wollen wir über Ziele der Geldanlage sprechen. Die können durchaus verschieden sein. Es ist aber wichtig, dass man welche hat, wie Überraumleben. Wenn man Ziele hat, dann ist es einfacher. Philosophisch. Glückskekse helfen. Ziele der Geldanlage. Grundsätzlich ein weiteres Feld, aber ein wichtiges Feld. Denn man muss sich vor der Geldanlage im Klaren darüber sein, was will ich eigentlich erreichen. Und vor allem, um wieder ein kleiner Cliffhanger zu beginnen, welchen Zeithorizont. Das hängt ja oft zusammen. Was sind denn mögliche Geldanlageziele? Also Klassiker ist natürlich erstmal überhaupt, einen Puffer zu schaffen, um über schlechte Zeiten zu kommen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die manchen sagen, drei Grund im Monatsgeld zur Seite haben. Andere behaupten, um ein halbes Jahr über die Runden zu kommen. Da muss jetzt selber jeder einschätzen, wie sicher sieht er sein Umfeld, seinen Job und so weiter und so fort. Aber das ist das Erste. Ich brauche meinen Puffer, weil bevor ich diesen Puffer habe oder nicht habe, soll ich definitiv nicht weitere Ziele mir setzen, weil sonst möchte ich irgendwie für ein Auto sparen, für ein Haus, sonst irgendwas. Und vorne kurzfristig fehlt mir plötzlich das Geld und ich muss irgendwas mit Verlusten wieder abstoßen. Also erstmal einen Puffer aufbauen. Und dann fängt es schon an. Will ich mir ein Auto kaufen? Ja, man kann Autos auch vorher besparen und nicht kaufen auf Kredit und nachher rückwärts sparen. Auch das funktioniert. Immobilie ist momentan natürlich auch die Überlegung, wann mache ich es eher über Kredit, wann über das Gesparte. Der Klassiker aber natürlich ganz klar ist für die Altersvorsorge. Ist ein Thema. Ich meine, es wird immer hoch, runter gespielt, wird langsam vielleicht langweilig für ein oder andere. Aber auch hier haben wir auf die Studie von Flossbach von Storch zurückgegriffen. Vielleicht gerade mal die Folie hier. Und man sieht hier ganz schön, wie hoch das Vertrauen der Teilnehmer in die gesetzliche Rente oder eben auch das Misstrauen ist. Und ein Wunder, diejenigen, die die Rente momentan erhalten. Also hier 60 bis 70 plus. Die Vertrauen der Rente. Ja, die kriegen sie jetzt auch momentan. Was mich so ein bisschen erschreckt, da können wir nachher drüber sprechen, warum eigentlich so viele junge Menschen noch so extrem auf die Rente vertrauen. Das ist ein bisschen erschreckend. Aber grundsätzlich sieht man ja, je jünger die Menschen, je weniger vertrauen, bis natürlich ganz klar 30 bis 39, da haben wir einen ganz großen Tiefpunkt. Weil ich glaube, denen wird zwar langsam bewusst, was es heißt. Denn die meisten, die sich ihren Rentenbescheid anschauen, lesen das Ding halt wie so eine Handwerkerrechnung. Ganz unten steht eine große Zahl. Klingt ja super, perfekt. Wenn man aber halt überlegt, dass man im Normalfall die Inflation abziehen muss. Und wenn ich noch 30, 40 Jahre warten muss, dann kommt unten nämlich noch die Hälfte an Kaufkraft raus. Und dann wird es eklig. Vor kurzem gab es eine Aussage, dass circa jetzt schon die Hälfte der deutschen Bundesbürger unter 900, ich glaube 9 oder 20 Euro auskommen müssen. Das ist natürlich fies. Jetzt machen wir Angst. Jetzt wird es ganz ekelig. Aber das sind einfach Punkte. Wenn das nicht motiviert zu sparen, was denn dann? Und es zeigt halt, Ziele können kurz, mittel oder auch langfristig sein. Da sind wir eigentlich auch schon fast wieder beim Punkt Risiko, den wir im vorhergehenden Video angesprochen haben. Es gibt natürlich auch noch Risiken, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Finanzmarkt zusammenhängen. Und von 920 Euro dann irgendwann leben zu müssen, das gibt witzige Geschichten. Das müssen wir an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Und ja, aber neben der Rente, was dann natürlich dann auch ein entscheidender Punkt ist, vielleicht noch ein Punkt, den ich ins Spiel bringe aus eigener Erfahrung. Kinder, also alle Eltern, alle Großeltern können natürlich auch darüber nachdenken, eine Art Studienfonds und was auch immer. Man hat mindestens 20 Jahre Zeit in der Regel. Und das ist doch ein ganz ordentlicher Zeithorizont zumindest, wenn man sich entsprechende Studien anschaut. Und jetzt vielleicht die Frage, warum sind Sie so wichtig? Sie motivieren. Wenn man einfach weiß, für was man es tut, für deine Kinder, damit ich im Alter einfach halbwegs gut über die Runden komme, dann fällt es auch mal leichter, jetzt vielleicht den Konsum ein Stückchen einzugrenzen. Also wichtig ist, ich glaube jetzt nicht, dass man hier only live once und gibt gar nichts, gibt alles aus oder gibt gar nichts aus und bin das halt total frugalist und spar 80 Prozent des Einkommens wächst. Jeder muss einfach so seine eigene Grenze finden. Vielleicht als kleiner Ansatzpunkt, wenn man gerade Einstieg ins Berufsleben hat, fällt es natürlich schwer, endlich kriegt man mal Geld. Aber wenn man dann schon vornherein gleich sagt, immer 10 Prozent, 15, 5, kurz an zur Seite legen, fällt es leichter. Wenn man dann erst mal zwei Jahre im Geldverbrennungsmodus ist, ist es einfach schwieriger, da wieder rauszukommen. Also da auch vielleicht versuchen, einfach mal sich darüber Gedanken zu machen und dann einfach denken, für was tut man es eigentlich. Dann müssen wir auch festhalten, es ist auch nicht unbedingt die Höhe entscheidend, schon wieder im Cliffhanger. Es ist einfach entscheidend, dass man regelmäßig was zurücklegt. Und möglichst früh. Ich glaube, regelmäßig müssen wir auch noch an dieser Stelle betonen, das ist natürlich ganz wichtig und nicht einmal irgendwie sagen, okay, die Oma hat jetzt hier irgendwie auch gut, aber regelmäßig irgendwie noch besser. Und möglichst früh. Und das diszipliniert am Ende des Tages auch ein gutes Stück. Ja, das kommt nicht nur um. Ging heute schnell, verrückt. Das war es zum Thema Ziele, Geldanlage unbedingt vorher überlegen. Hilft enorm. Dir wieder. Vielen, vielen Dank. Danke.